Gut, wir befinden uns hier im Heimkutehaar, Wolf Alden. Die Schule hat November 47, Sierra Kilo. Die ISS sollte dann gleich von Biblia fliegen und hoffentlich wieder ein Bildchen senden. Hier haben wir das Handy dabei und im Hintergrund das Tablet auf PD 180 eingestellt. Das sollte also von dem her funktionieren, wenn sie dann anfangen zu senden. Die HiWare sind ebenfalls aufgezeichnet. Wir sind hier, weil wir die Hoffnung haben, dass wir noch etwas für die ISS sehen. Wie gesagt, hier Wolf Alden. Hier an der Bodensee. Deutschland im Hintergrund. Die Flugbahn sollte eigentlich ziemlich genau, ziemlich genau von Konstanz Richtung Frequenz sein. Die Flugbahn sollte sich in die Fähigkeit feststellen. Sie sind hier im Hintergrund. Sie sind hier in der Karte. Sie sind hier in den Karten. Wie gesagt, hier ist es hier in den Karten. Jetzt kann man nicht ganz über das Gleischnebel drüber, nicht, dass man auf dem Heizungsjahr nicht sieht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020